Tony Kendall als berühmter Kommissar X und Brad Harris als sein Freund Captain Roland jagen in dieser neuen Kommissar X Romanverfilmung auf Cylon die gelben Katzen, eine Bande von Killern und Kidnappern. Wo immer sie auftauchen, bricht die Hölle los, rasen Feuerstürme über den Dschungel und es erzittert ganz Cylon, eine der letzten Trauminseln der Welt, vor den gelben Katzen. Sieh dir das an. Aber Kommissar X und Captain Roland nehmen den Kampf auf. Jeder auf seine Weise. Nicht doch, Tom. Die Dienstvorschrift hält euch an, nett zu sein. Der Trick war schon alt, als meine Großmutter noch Fräulein war. Kommissar X, drei gelbe Katzen. Ein Abenteuerfilm, der zu fesseln weiß, auch wenn eine schöne Wildkatze sich entfesselt. Wenn Killer kämpfen, gegen Kommissar X, den Helden, auf den Spuren von Teufeln. Gehen Sie nicht zu nahe. Hände hoch, Captain. Aber auch das ist Kommissar X. Grüne Augen, einen einladenden Mund, einen schlanken Hals und darunter einen wohlgeformten, entzückenden, reizenden... Mr. Walker, nehmen Sie Ihre Hände weg. Kommissar X, drei gelbe Katzen. Eine wilde Jagd zu Wasser, zu Land und durch die Luft. Ein deutscher Abenteuerfilm mit Millionenaufwand, für Millionen. Kommissar X, drei gelbe Katzen. Kommissar X, drei gelbe Katzen.